... Musik ... ... Bruder ist er da? Ja. Und der Handel ist geäußert? Da spüren man ganz gut. Ja... ...dass du den? Ah, ja, was bitte. Ja, wachst du noch so. Da, von den Mitteln, der da, jo. Wollt ihr, glaube ich, wie du da mit der Frage gemacht hast? Vor allem der feste Stimme, der erste Devinierer kann schon an den Reichen. Wenn du zwei Dosen hast, bist du nur die zwei Hände. Die feste Eichhände. Dann haben wir eine kleine Lautsprecher. Die feste Eichhände. Die feste Eichhände. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.